Ähm, sagen Sie mal, Herr Siegmann, ich möchte ja nicht neugierig erscheinen, aber ich hätte da mal eine Frage. Ja, Frau Waldhauser, was gibt es denn? Ja, wissen Sie, Herr Siegmann, ich stelle mir schon seit Geroma-Zeit die Frage, warum Sie immer nur verheiratete Männer einstellen. Hat das einen besonderen Grund? Das ist ganz einfach. Die reagieren lange nicht so gereizt, wenn man sie mal anbrüllt. Hä?